Hallo ihr Lieben, das ist Martina von TrickyWars. Ich habe euch jetzt vor kurzem ein Video online gestellt zum Thema Bosals, also diese gebisslosen Zäumungen, mit denen man ziemlich cool reiten kann. Und da habe ich euch kurz diesen Bosal Shaper vorgestellt. Dieser Bosal Shaper hat richtig tolle Vorteile. In dem vorigen Video erkläre ich auch, warum es wichtig ist, dass ein Bosal geshaped wird. Da zeige ich euch auch, wie es auf dem Pferd aufliegt. In dem Video möchte ich euch jetzt zeigen, wie man diesen Bosal Shaper richtig nutzen kann. So, und jetzt sehen wir mal, wie das hier aussieht. Also ich habe hier vier Knöpfe drauf, das hat mir mein Mann gebastelt, super lieb von ihm. Und hier oben, seht ihr, habe ich ein Klett. Mit diesem Klett kann ich den oberen Teil auch noch einspannen. Mein Pferd zum Beispiel hat relativ weit unten viel Kaummuskulatur, oben wird aber wieder enger. Das heißt, hier oben ziehe ich mit dem Klett das ganze Teil etwas enger zusammen. Damit kann ich es oben enger schäpen und hier unten trotzdem genügend Platz für die Kaumuskulatur lassen. Habe ich jetzt ein Pferd, das das weiter oben einen Freiraum braucht oder ein schmäleres Gesicht hat, ziehe ich das Bosal einfach wieder weiter nach unten. Das heißt, ob es jetzt weiter nach oben oder unten geschoben ist, je nachdem, wie die Position für euer Pferd passen soll, könnt ihr dieses Bosal mit diesem ganz einfachen, selbstgemachten Bosal-Shaper einspannen und vor allem auch immer wechseln, also wie es euch passt. Die Abstände von den Dingen, ich habe da glaube ich vier Zentimeter und da sechseinhalb Zentimeter, aber das ist wirklich Geschmackssache, wie ihr es braucht für euer Pferd. Ich glaube von dem Punkt bis dem Punkt, also Mitte, Mitte sind glaube ich hier vier oder fünf Zentimeter und ich glaube hier sind sechseinhalb oder sieben Zentimeter, für den, der es nachbauen möchte. Unser Klettdinger, ja, da kannst du jede Schnur nehmen oder Gummibundle oder was weiß ich, was immer, was halt stabil genug ist. Ich finde den Klett super praktisch. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da. Das andere Video, das verlinke ich euch dann noch in den Kommentaren und in der Bio, damit ihr euch das ganze Video anschauen könnt, wie das Teil dann am Pferd dran liegt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Baba.